Ich wollte eigentlich noch Käsepommes machen. Ich hab schon was geahnt, dass du fast so frühstierst. Oh, Käsepommes sind so lecker. Geil, ne? Ja. Aber selbstgemachte. Also... Ja. Schön überpacken. Ich mach das aber immer... Naja, ich überpack die nicht. Ich mach das immer so. Schön Pommes in die Fritteuse, werde ich immer auch gleich den Käse darauf. Dann läuft das noch so lecker. Ja. Ich mach da immer... Lass die noch im Ofen. Und mach die so als Haufen. Mhm. Dann machst du immer die erste Schicht, wenn du Pommes sind, die erste Schicht Käse rein, machst du Pommes wieder drauf, solange bis du keine Pommes machst. Ja. Ich mach das halt so, dass ich die in eine Schüssel tue und dann schön Käse rein und dann einmal schön durchrühren. Das ist... Oh, lecker. Oh, ich krieg grad... Oh, ich krieg grad... Krieg... Ich krieg grad... Ich krieg grad... Ich krieg grad... Oh, weißt du auch geil sind? Käse-Krakauer. Oh, ich frag alles... Oh, ja. Aber ich grad zwei Stück. Die sind so lecker. Marker? Aber ich krieg grad voll Bock. Da drauf. Auf Käse-Pommes. Geil, ne? Mhm. Machen wir zum Beispiel, wenn der... kann das gar nicht machen. Wenn die Pommes fast fertig sind. Und Pommes hab ich, aber ich hab leider... kein Käse. Die Pommes fast fertig sind, tu ich ähm... die Käse-Krakauer auf und die Pommes legen noch. Warum springe ich? Weil essen? Ja, ich... Merk's. Wir essen jetzt. Hallo? Was soll der Scheiß? Jetzt krieg ich Hunger. Weiß ne, ich warte einen Moment. Mh... Mh... Nö, das ist ja egal. Au. Leider hab ich keine Käse-Kakau. Ach, keine Käse-Kakau. Wesen kaufen wir schon. Die pair dannhut jetzt noch was. Mh, die Packung oder so. Nöööö. Da Pf Kickstück. Aha. Bin gleich wieder da. In dein Ernst?! Der macht die Fritteuse an. Der würd sich jetzt die Fritteuse anmachen und schön Pommes. Okay. ich bin wieder da wollte ich gerade nicht ablenken deswegen habe ich nichts gesagt jetzt hast du mich abgelenkt nein habe ich nicht ach nein ich habe dich nicht abgelenkt ich habe gerade gesagt dass ich wette darum die fritteuse angemacht hat ich doch nicht der macht die pommes wie ich wusste ich habe leider kein käse da normale pommes oder wester normal die minuten schnitzel noch eine einstück 1 oder 2 alles deine schuld hat es mal warum warum und ich finde auch nur von alleine wieder runter umkommen sowieso nicht in kv hat noch mal versucht denn pommes sind so porno wenn er so etwas und dann käse pommes geile knackige und dann spritzen die käse krakauer noch rum ja okay das widerlich der ist so gestörter typ darum mein channel meine regeln dein channel das ist mein hier so was meinst du ja was mit deinem scheiß egal wie latte heizt maul und schafft das was das gesehen habe ich nicht habe mich drauf geachtet aber bei dir brauchen wir nicht drauf achten ich wurde von der kanonenkugel getötet worden aha aua haif aha man hat es knacken gehört ja dann wollte ich bezwecken die wurst darf nicht platzen im wackhoch das ist die hohe kunst vom käse krakauer machen ja ja nicht zum platzen zu bringen aha weil du die muss richtig wenn ihr auf den teller kommen richtig fest dann wenn du richtig schon mit der gabel oder messer ein ist dass sie spritzt der käse einfach raus will wenn die freiheit und in den mund so platzt ich sag mal nichts dazu leute herrlich aber das ist fies und das habe ich auch versucht ganz zu bezwecken dass ich da hochkomme irgendwie komm ey du schaffst es nein warum oh scheiße mein knopf war angedrückt eben und deswegen konnte ich nicht springen scheiße ich weiß was ich mir morgen mit der wache kauf mir einen sack pommes spaß sich es muss guter käse sein darf nicht so ein billiger ekelhafter sein was geht denn eigentlich dafür dass du hunger hast jetzt ich hab heute hunger jetzt und voll nicht mein problem der wurst riecht neben mir ist echt extrem geil tja ah nein oh man ich wollte drunter herrennen schein spiegel ach ja das ist so geil gerade und du bist behindert ich weiß du bist du bist behinderter weil du jetzt gerade aufgeschabt bist und ernsthaft die für töser gemacht hast hab ich nicht ja klar hast du die nein was hast du denn gemacht fritteus angemacht sag dich ja obwohl ich backpommes in den backofen momentan besser finde ich weiß nicht warum ach backofen dauert zu lange die hat jetzt 25 min gedauert nää unser backofen wir brauchen neun morgen noch ja immer noch naja ne neue waschmaschine auch noch ja nee die waschmaschine läuft wieder eh ein bisschen oder so sollte das reichen neue schraube reingemacht war ja nur ne gebrochene schraube So Die wir beim letzten Mal auch gemacht haben Bitte, komm du machst das Warum geht der in dem Moment hoch? Ich wollte auf ihn rauf springen und dann wieder rüber Nein Toll Weiß ich nicht Ist das Schlechtsinn oder so? Boah Ehrlich, jetzt? Ich dachte, das Feuer geht weg Game over Nein Ich lebe noch weiter, okay? Ein Idee hier Du bist ein Spaß Die Du bist ein Spaß Meins Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne? Wow Das war echt geil Der ist so behindert Er ist ein Arschloch Was denn? Toll Ich drück springen Was macht denn er springt nicht? Bäh 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 Alles deine Schuld Bäh Was gemacht? Nix Bäh Bäh Oh bitte 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 Ich drück springen und er springt nicht, was soll denn der Scheiß? Nein, ich glaub, weil der so fett ist und dieses Erdbeben macht, kannst du dich nicht bewegen Achso Achso Na toll Nein, du hättest es fast geschafft Es ist dann eigentlich dein zweites Mal gewesen oder das erste Mal? Das zweite Mal Sicher? Was ist das für Spaß, dass du jetzt mal vergisst? Ja, bloß das Maul Achso, warum bist du leiser geworden? Ich bin gar nicht leiser geworden Ah, jetzt Jetzt ist wieder okay Bis gleich Dein Ernst? Wie soll ich das jetzt überleben? Lange konnte er zu machen alleine? Nein Nein Okay Da konzentriere ich mich aber weiter Da ist auf Content quatschen Das brauchen wir nicht Wir singen, wir singen Der zentus, der ist nicht Dir ja,eyy, schweine Back Ah, auch geschafft Oh ho 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 werden sie ja,au diesmal nur zwei leben 1 er schickt er er schiebt sich in die fritteuse denn der ist ein spaß spaß ist centus centus spaß die hier zum maul jetzt hast du es geschafft aber wenn er das zweite mal runter springt macht er dieses erdbeben und er kann sich nicht mehr bewegen ich bin gerade wieder da gewesen wo du gerade gestorben bist das zweite mal habe ich auch geschafft also dann habe ich gemerkt dann in der ecke dachte okay kannst du springen oder hat das app gemacht und dann war nicht er kommt wieder ja ja mein gott ist der beste marisch spieler den ich kenne hat die frisse war schon kann ich mich selber so dass man verarschen jetzt gesagt ehrlich also ich dachte sich die beste beste minecraft spieler der beste mario spieler ist im kaiser mario spieler der ist und spaß ich bin schon so einer sind kanon fängern warum hier abgelenkt weil ich was gesagt habe nein okay wir probieren das wollte ich eigentlich nicht machen wollte das wirklich niemand ich wollte eigentlich mein menü auf ich bin ich bin Das war schon lustig. wenn ich weiß gar nicht jetzt das menü wechseln wenn ich ja mein hoch dann kommt das immer wieder ach so also irgendwie klar dass du behindert bist und nein ich habe das schießen auf der nein nicht auf der tasse war noch mal definitiv was Ich weiss mich schon in die Hose Ja, ich hab's gemerkt Was machst du da? Ich kann nix machen Ich hab ganz ein... ganz ein Sprung gespammt Hast du immer versuchen zu laden? Nö Kannst du doch so lassen Mann Das ist total behindert wenn der ganze Zeit am springen ist Jaja, so behindert wie du Das ist eh nicht Mag ich ja Warum sagst du das immer? Du weißt, dass du es nicht so schlecht bist Der schön Mitte Teil hat gefehlt Wieder zu überlegen hoch zu gehen Schluss Du weißt, was du nicht so schlimm Aber du hast etwas gefehlt Aber du hast auch einen dritten Dass du einen Kotknall hast, weiß ich. Hey! Du bist ein... Du bist ein Schmerz. Kann man mit Leuten auswendig, was da... Einmal warten und dann... Aber nachdem ich das auch gesehen habe, ist... Fuck! Ich bin kein Spass. Du bist ein großer Spass. Ein Spass. Ein Spass. Ein großer, großer Spass. Oh ja, ein Spass. Kommt's denn, du schaffst das. Nein, schaffen wir nicht. Guck mal, dieses pinke Etwas. Ja, na, dieses pinke Etwas. Springt direkt in mich rein. Es ist fett und gemein, es ist pink. Ja, es muss so sein, es ist pink. Fett und gemein. Okay, let's do it. Did it, did it. Did it, did it, did it. What's spam? What's the spam up? Did it, did it. Der Flash ist nur am Spammen. Okay. Da kommt mir immer als kleiner hin, ne? Hm. Ist halt so. Ah! Kacke, ey! Tja. Wir brauchen jetzt eine Pimmis. Dauert noch etwas. Hauptsum hab ich Schnitzer auch mit reingemacht gleich. Ich hab's doch schon gegessen. Ja, ich hab trotzdem schon wieder Hunger. Aber ich hab dir gesagt, dass war ne Hunger hat. Das ist 5 Stunden her. Oder fast 6 Stunden. Da hab man doch kein Abendbrot gegessen, da hab man schon ne Mittag gehabt. Flash ist so dumm. Tschubidubidu. Mal, dass du dann Hunger hast. Hm. Das wär jetzt vor 1-2 Stunden gewesen. Ich hab generell immer ganz viel Hunger. Das ist normal bei mir. Kenne ich irgendwo ja, ne? Ja. Ja. Ra. Fuck. Fast. So komm ich auch dran. Vorbei. Das sah eben voll knapp aus. Was du schaffst. Das sah ja auch voll knapp aus, hast du das gesehen? Ja. Alter, scheiße. Du kommst ja nicht mehr. Kannst ja nichts mehr machen, ne? Weil er immer... Pum, Pum, Pum macht dann. Ja. Vor allem hau ich dabei mal auf meine Tastatur. Pum, Pum, Pum macht. Stimmt so weh, ne? Der Ding ist behindert. Genauso wie du. Hm, hm. Doch. Ich sag nichts mehr dazu. Hm, hm. Du bist so dum, 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 dum. Ah jetzt war das ja auch hochgeschafft. Ja, hab ich von vorher auf das auch schon gehabt. Ach so. Ja, ich achte gar nicht irgendwie drauf bei dir. So. Ey, was machst du denn in der Zeit? Wenn dann hier rumspielen. Ey, das war unfair. Du, warum springst du auch da rein, du Idiot? Wenn der da oben zielt, der ho- hohen Kobold? man muss halt so springen dass der eigentlich kriegt ja aber selbst wenn er 10.000 mal tschüss flash da hat der flash wieder im blue screen und dann hat er jetzt kein bock mehr was weiß ich jetzt schon oder das ist mein internet nein da ist er weg da kommt er auch gleich wieder und hat keinen bock mehr da werde ich sagen tschüss